Catch my soul, du verpisst euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video für mich in diesem Video, zack mir, kauf mir die Black Ops, kauf mir die Requisitenjagd. Ist da ein Huhn abgebildet? Vergiss nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Viel Spaß mit dem Video. Wenn ihr den Modus Requisitenjagd nicht kennt, dann werde ich es euch jetzt kurz erklären mit Pay. Ja, also es gibt das erste Team und dann gibt es auch das zweite Team. Was ein Wunder. Auf jeden Fall ist das erste Team halt die Sucher, wie bei Heil and Seek. Nur, dass das Gegner-Team, das zweite Team, ähm, ja wie soll ich das sagen, es sind, ähm, Gegenstände. Ihr habt richtig gehört, man kann sich dreimal an den Gegenstand verwandeln, der auf der Map ist. Auf jeden Fall ist es so, dass das erste Team das zweite Team suchen muss und dann wiederholt sich das die ganze Zeit lang. Vier Runden lang. Ihr habt richtig gehört, neun erwachsene Männer suchen neun Gegenstände auf der Map. Und dann machen die das so lange, bis jemand viermal gewonnen hat. Und das ist ein Spiel ab 18. Okay, wir sind reingejoint, äh, ich bin ein... Was? Was bin ich? Ändern. Wow, was? Okay, ein Fass ist gut, ein Fass ist gut. Wo gehe ich hin? Soll ich mich da hinstellen? Oh, warte. Oh, das ist, glaube ich, nie. Oh Gott, okay, ähm, fuck. Ich gehe hier hin. Sperren. Glaubt ihr, es ist zu... Oh, ich glaube, es ist viel zu auf. Jeder, der hier vorbeigehen wird, wird einfach so automatisch da hinschießen. Da kommt schon eine. Bitte, schieß nicht auf mich. Ich drücke gleich R2. Okay. Wie scheiße kann man sein, Bro? Wie geil. Es ist so geil, man kann in diesem Spiel die Kinder so leicht austricksen. Wenn ich einmal erwischt wäre, bin ich instant tot, aber scheiß drauf. Das war es mir wert. Bro, atme nicht so. Ich weiß, du bist gerade fast am sterben, aber atme nicht so. Oh. Kurs geht. Verpiss dich, Bro. Schau mich nicht so an. Miles Morales. Bro, du bist... Ich glaube, du bist im falschen Spiel. Ciao, Baby. Ciao. Grüß deine Mutter von mir. Eine Minute noch. Komm schon. Komm schon. Ich bin One-Shot. Zwei leben noch mit mir. Drei. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Erwischen mich instant tot. Das heißt, keiner darf mich erwischen. Nein. Nein. Geh weg. Geh weg, Bro. Verpiss dich. Bitte. Bitte. 17. 16. 15. 14. Ich bin One-Shot. Ich kann nicht wegrennen. Ich kann nicht wegrennen. Ich wiederhole, ich kann nicht wegrennen. 10. Hätte ich mich nicht bewegt. Ja. Jetzt sind wir die Sucher. Gut. Einfach auf Objekte schießen, die irgendwie auffällig sind. Ich bin da ganz gut im Spiel. Also. Ja. Ming so. Ja. 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 Ihr seht, ich habe schon zwei Kills gemacht, also es ist ganz easy, wie man hier Kills holt. Man muss einfach nur ruhig bleiben. Aim braucht man hier nicht, also man holt die einfach ganz easy. Und ja, so werdet ihr halt gute Spieler, ne? Also abonniert jetzt. Jetzt verstehe ich, warum in der letzten Runde keiner mich getroffen hat, weil... Ja, also... Ihr müsst einfach nur gute Spieler sein. Ist hier merkwürdig? Ist das irgendwas hier merkwürdig? Nein, es ist nicht. Gut, gut. Zwei leben noch und gleich wird gepfiffen. Wisst ihr, in der Ruhe liegt die Kraft. Ihr müsst nur warten auf die fünf Sekunden. Warten wir gemeinsam. HVA, wir haben fast keine Zeit mehr. Aha, aha. Wie gesagt, vier Kills. Also noch eine Requisition ist... Oh mein Gott, ich bin ne fette Kiste. Wo soll man ne fette Kiste? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mega strong. Ich krieg den Controller weg. Den Controller brauchen wir nicht. Ich werde drei Minuten und drei und vier Sekunden überleben. Ich hab den Controller nicht in der Hand. Okay, ganz ehrlich. Wie scheiße kann man sein, wenn ich der Sucher bin? Ich schieße einfach auf alles drauf. Wieso? Wieso spart die Munition? Schieß doch auf mich drauf. Wie lebe ich? Ich hab grad zehn Stunden gebraucht, dass ich mich wieder hin platziere. Hier konnte grad vorbeikommen. Jeder. Nein. Verpisst... Nein, er wird auf mich drauf schießen. Zisch ab. Zisch ab. Zisch ab. Beginnen wir wieder mit... Ein bisschen... Ganz ruhig. Was sieht hier komisch aus? Hier ist ein Werkzeug. Daneben ist der Werkzeugkasten. Das heißt, das ist echt. Das sieht alles ganz gut aus. Aber das Problem ist... Das ist nicht echt. Was weiß ich? Das ist? Auch recht. Nun müssen wir ein bisschen schneller sein, denn die Zeit läuft. Könnte jemand vielleicht diese Wasserflasche sein? Nein, aber ich hab jetzt richtig Durst. Also, ich weiß schon, dass da oben jemand... Also, ich weiß schon, dass das ein Gegner ist, aber... Dein Ernst, Bro. Dein Ernst. Das ist doch nur eine Täuschung. Hat er sich nicht letztens auch hier schon versteckt mit so einer Kiste oder so? Dann benutzt er auch immer das Gleiche. Oh, eine Requisite. Wir können es schaffen. Wir können es schaffen. Wir können es schaffen. Komm. Wir haben eineinhalb Minuten sehr viel Zeit. Freunde, wir schaffen es. Komm schon, wir schaffen es. Ich meine... Wir schaffen es, Leute. Achso, und das ist kein Joint. Also, das... Raucht man... Raucht man so Zigaretten? Ich hab keine Ahnung. Ich bin keine... Ich bin nicht nikotinsüchtig. Wo sollen wir uns an Autoreifen verstecken? Nein, wo sind Autoreifen? Ich sehe kein Autoreifen. Ja, okay. Verkackt. Die Runde... Ich hab die Runde absolut verkackt. Ja. Viel zu auffällig, oder? Einmal gesperrt. Jetzt werde ich Täuschkern benutzen, damit ich wieder... Wow. Hacker, ey. Hacker. So ein Schmutzspiel, Mann. Auf jeden Fall, Leute. Ich würde mal sagen, das ist das Video. Lasst gerne liken, oder? Schaut auf jeden Fall auf meinem Twitch-Channel vorbei. Schaut gerne auf Instagram vorbei und auf TikTok. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.